Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Mai 2014 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 73 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 510 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.